hallo ich bin in düsseldorf angekommen im red is the blue media hafen haben wir eingecheckt und ich bin jetzt schon auf dem hotelzimmer und wenn man halt hier ist kann man schön jemanden beim kacken beobachten aber ich bin allein auf dem zimmer hier ist der fernseher da ist der eingang und ja die aussicht ist auch was ist cool ich habe ein großes panorama fenster und ja wir sind jetzt eingecheckt dann geht es gleich zum essen wir gehen in so ein fischrestaurant mehrbar heißt das und dann machen wir heute nix mehr die erne kommt noch zu besuch meine erne meine mainzador da freue ich mich ganz doll drauf und dann hängen wir so ein bisschen hier auf dem hotelzimmer ab und ja mehr machen wir nicht und morgen geht das dann halt los mit der kolorations schulung ja bin ich mal sehr gespannt was uns da erwartet mal schauen dann bis später also das ist hier das panorama fenster also hier ist noch mal ein sitz noch mal wasser große panorama fenster hier ist noch der schreibtisch ganz kuschelig und die lampe ist ganz toll denn jetzt nur deko das ist jetzt nicht nur das thema ok ich bin eine gewährte Friseurin und da entsprechend Master auf der Gesenke, sondern sie ist auch im Bereich Style unterwegs und ist sehr verbandet, dass sie die ganzen Fashion-Charme, auch das Arbeiten hinter den Kulissen, als bei jeder Fashion-Show angeht, heißt also, sie bringt natürlich nochmal viel mehr mit, als wir jetzt aus dem Marketing heraus mit reingehen können. Und das soll euch natürlich auch helfen, Gefühl dafür zu kriegen, was in der Welt passiert, was vor allem in der Welt der Mode, in der Welt damit auch des Deils ist, das ist ein Gesamtinstrukt, es geht nicht nur um den Hase, sondern es geht um einen Gesamtauftritt. Und ich habe jetzt mal so ein paar Bilder von Sina selbst mitgebracht, ist also völlig egal, wenn man mit Sina telefoniert oder entschmelt, dann weiß man nicht, ob sie jetzt gerade in Kapstadt ist, ob sie in New York ist, ob sie in Paris ist. Heißt also, wir treffen sie ständig woanders. Ja, was wir essen lassen? Okay. Dann hätten wir unseren Türen in den Spanzen heute. Achso. Gehen wir? Ja, es ist gut aus. Ich bin leider nicht deiner Meinung. Nein. Also ich finde, selber steht dir besser. Also guck mal, guck mal. Ihr müsst mir sagen, ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich. Ja? Entschuldigung. Ich mache mich immer eigentlich so. Das ist einer der Gründe, warum ich immer gerne Bodys trage, weil das dann nicht passiert. Ähm. Guckt euch einfach mal kurz Melanies Gesicht an. Mit Gold. Ja? So. Und jetzt Silber. Du wickst noch brauner. Finde ich, es wirkt wesentlich jünger. Frischer, klarer. Also frischer, jünger, oder? Seht ihr das genauso wie ich? Gut. Melanie. Okay. Ich bin es leider nicht alleine. Hätte sie dich gerne glücklich gemacht, hätte sie dir gesagt, ja, es ist warm. Aber es ist leider nicht warm. Beziehungsweise? Wenig. Ja. Also wir können noch mal ganz kurz hier diese warme Schichten. Hast du sofort Ringer unter den Augen. Na, ob die von den Farben kommen? Das ist toll. Das steht dir richtig gut. Also kalt. Du bist leider auch kalt im Mist. Schatz. Ja. Dann muss die Goldklung haben. Schmeckt halt. Okay. Also. Darf ich Sie denn? Darf ich Sie denn? Schatz. Schatz. Schön. Ja. Ja. Also. Kann auch vollkommen. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also. Insofern Sie haben das richtig verkraft. Ich trage auch so. Oh Gott, ich muss es jetzt sagen. Ja, ich kann verstehen. Als Mann verstehe ich das sowieso. Wobei, wer Deutsche und Gabaner mag, die machen ja echt mit Gold. Ja, der Nächsten sitzt schon da. Warst du schon? Warst du schon? Was bist du denn? Kalb wie Eis. Du warst da. Super. Dankeschön. Wer möchte noch? Wer möchte noch? Dann hatte Sina ein Umstyling mit zwei Kandidatinnen gemacht, die quasi das Umstyling gewonnen haben. Und da seht ihr jetzt einmal das Vorherbild von den beiden und einmal das Nachherbild.